Der Slovenia West Loop von Bikepacking.com. Eine vorgefertigte Bikepacking-Route über die schönsten Passstraßen von Sloweniens, feinsten Schotter und wunderbare Campingplätze erwarten euch in dieser kleinen Dokumentation. Jetzt hier schön in einem langen Video, ich hoffe ihr habt Spaß dabei. Und übrigens, falls ihr das Ganze nachfahren wollt, falls ihr das gefällt, die Route ist unten verlinkt, zum einen auf Bikepacking.com oder auch einfach bei uns im Komoot-Profil Wiener Verkehr, einfach unten, zweiter Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Unsere Reise ist in Wien gestartet und ich muss sagen, es war wirklich sehr entspannt, direkt zu, ganz ohne Umsteigen, mit einem traumhaften Fahrradabteil, was ihr gleich sehen werdet. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was eure weit entfernteste Radreise war und wie ihr da angereist seid. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Übrigens, Infos zur Route und so weiter habe ich euch unten verlinkt. Da seht ihr genau, wo wir langgefahren sind. Und jetzt viel Spaß und schauen wir uns gemeinsam mal an, wie schön Ljubljana eigentlich ist. Ljubljana! Uns ist aufgefallen, dass viele, die die Videos schauen, noch gar nicht abonniert haben. Also unterstützt uns und unseren Kanal und drückt jetzt auf Abonnieren. Ja, und es ist übrigens zu 75% unbefestigter Weg, also richtig purer Gravel. Ich habe mir jetzt hier auch die fetten Tyres drauf gemacht. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Geht jetzt hier direkt durch so den Stadtpark durch. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Anfang, finde ich. So, wir sind jetzt schon mitten im ersten Anstieg und ich muss sagen, bis jetzt richtig cool. Und vor allem, was ich richtig nice finde, dass man eben weiß, dass die Route schon so vorgefertigt ist. Deswegen verlässt man sich da auch ein bisschen mehr drauf. Weil sonst bei den selber geplanten Routen, da weiß man schon, ja, früher oder später wird irgendwas komisches kommen. Aber hier jetzt wirklich sehr entspannt. Ljubljana! Ich bin ja jetzt! Ich bin ja! Untertitelung. BR 2018 Der übelste Anstieg, wir mussten sogar schieben. Die Jungs fahren einfach mit dem Mofa hoch. Mega geil. Es ist eine voll die coole Kirche und fühlen dann mal da rum, wie hoch das wir sind. Wir sind auf 800 Höhenmeter jetzt. Wir sind erst so 20 Kilometer unterwegs, aber wir sind schon auf echt vielen richtig tollen Gravel Passagen und Hügelchen jetzt gewesen. So, wir sind jetzt gerade im Abstieg. Erste Tagesetappe sind nur 30 Kilometer, 750 Höhenmeter. Ist ein bisschen schade, jetzt zu den letzten 200 Höhenmeter, wo es runter geht, müssen wir da relativ viel schieben, beziehungsweise macht nicht so viel Spaß. Weil es eben doch relativ roughes Terrain ist. Und ja, wir schieben. Die sollten es jetzt dann eh bald haben. Und wir werden heute übrigens beim Warm Shower Host zum ersten Mal hoffentlich unterkommen. Dann bin wir gespannt, wie da unsere Erfahrungen dann sind. So, wir sind jetzt beim Warm Shower Host. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt hier in so einer kleinen Ortschaft und jetzt schauen wir uns das mal an. So, guten Morgen. Zweiter Tag. Warm Shower ist hier im richtigen Bett übernachtet. Sehr nett. Gestern sogar gekocht für uns. Und jetzt geht es nochmal weiter. 40 Kilometer an den Lake Bled mit 1200 Höhenmetern. Hier eines der Highlights von ganz Slowenien heute. So, wir sind jetzt hier im Treppenhaus. Es geht jetzt weiter. Ich warte dann noch auf die Iva. Ich hatte leider gestern eine kleine Magenverstimmung. Aber wir versuchen jetzt trotzdem, das durchzuziehen. So, wir fahren jetzt wieder raus aus Sofkja-Locker. Ja, Iva, wie schaut es bei dir aus? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Frühstück war gut. Und ich freue mich jetzt schon auf einen See. Wir sind jetzt in einer kleinen Town, in Granja. Also zwischen Sofkja-Locker und dem Seebleda. Seebleda geht es heute nicht so gut. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Höhenmeter heute auf ein anderes Mal zu verschieben. Und wir werden jetzt heute noch 30 Kilometer zum Campingplatz fahren. Wie momentan? Sofkja-Locker Die letzten Kilometer bis zum See. Wir haben Angst, dass es gleich zum Regnen anfängt, aber hier gibt es einen ziemlich coolen Radweg. Also läuft gerade echt gut. Blöd. Staumaschinen stehen im Stau. Wir fahren am Fahrradweg. Ich fürchte nur, dass die jetzt auch alle zum Campingplatz fahren. Hoffentlich nicht alle zu unserem. So Radweg hat aufgehört. Wir fahren jetzt mittig durch, natürlich nicht so geil. Na ja. Es ist ja Katastrophe hier. Es ist ja vollkommen irre, was hier los ist. Bilbao von Slowenien, sagt die hier. Bibione. Bibione, nicht Bilbao, genau. Aber da ist jetzt der See und wir hoffen, dass wir das gut campen können. Wir bauen das Zelt auf und es hat jetzt mega zu schütten angefangen. Ja, so ist das Update. Wir hoffen, dass wir da richtig stehen und Sebi, wir legen schon los. So, wir haben das Zelt jetzt aufgebaut. Draußen regnet es ein bisschen. Wir können jetzt leider nichts machen sonst. Wir haben auch keine Regenklamotten dabei, aber ab morgen soll es eh wieder trocken werden. Wir werden heute zum ersten Mal das neue Kochset-up nutzen, ein bisschen Nudeln kochen und vielleicht später noch ein Bierchen am See gönnen, hoffentlich, wenn es wieder aufhört. Ja, der Campingplatz bläht. Sicherlich eine wahnsinnig gute Lage. Toll hergerichtet. Einen Haken hatte das Ganze, werdet ihr dann in Teil 2 nächste Woche wie immer um 17.30 Uhr erfahren. Gerade bei so einem Touristen-Highlight bietet es sich schon immer an, entweder eine Ferienwohnung oder einen Campingplatz oder sowas zu nehmen. Wildcampen ist da einfach zu stressig. Das ist wirklich warm. So, wir haben den Regen überstanden und sind jetzt hier endlich am See und wir müssen sagen, es ist schon wirklich sehr schön, oder Eva? Ja. Ja, wir werden jetzt noch kurz da reinspringen in den Abend gegessen, haben wir schon lecker Nudeln. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr Wildcamper seid oder lieber am Campingplatz zeltet. So, wir sind fast wieder ganz zusammengepackt. Wir waren jetzt hier am Campingbleed, direkt am See und ich muss sagen, es war wirklich sehr schön. Nette Leute. Heute Morgen wurde uns sogar Kaffeewasser gespendet und so weiter. Und es ist hier alles mitten in so einem Tal. Also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so riesen Campingplätzen, aber der wirkt eigentlich sehr urig hier. Mir ist sehr gut gefallen. Wir fahren jetzt so 50 Kilometer weiter hier schön durch die Flusstähler und so weiter. Eva, wie hat es dir heute Nacht gefallen oder hier am Campingplatz? Ne, ob es in der Kälte war es eigentlich ganz cool. Fast ein schönes Campingplatz bis jetzt, wo wir waren. Sogar die Dusche und so wirklich richtig nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es kostet nicht so wahnsinnig viel. 42 Euro. Ich glaube, das Lob werde ich dann wieder zurücknehmen. Naja, aber es war trotzdem cool und wir fahren jetzt mal weiter am See vorbei Richtung Berg. Hier gibt es leider keinen Radweg am See. Nur die eine Straße. So schön. Triglavsky National Park. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt fahren wir mal so einem Fluss entlang. Durch das Tal hier. Bis zum nächsten Mal. sehr süß hier ja wir werden es mal am supermarkt suchen wir haben uns spontan entschlossen doch noch den berg heute anzugehen ist ja für mich auch ein bisschen wettbewerbsvorbereitung jetzt hier aktuell und hier ist wirklich extrem schön wir sind jetzt hier noch in dem tal und ja genau ja genau also wir lieben salami und wir sind jetzt schon 40 kilometer gefahren heute 500-600 höhenmeter haben wir auch schon weil sogar wenn es heiß wird dann dann fettet die zwar ein bisschen aber es wird nicht eklig wir wollten heute eigentlich entspannt angehen lassen aber ihr kennt uns ja mittlerweile wir werden jetzt noch den höchsten berg von der ganzen tour mitnehmen weil es ist erst irgendwie halb drei oder so sind es noch 1200 höhenmeter 30 kilometer oder das müsste eigentlich ganz gut gehen und da hinten der ausblick und so da werden wir jetzt reinfahren und dann da hoch also ich bin echt gespannt sollte ziemlich cool werden so wir haben jetzt bisschen cola wasser getrunken bisschen belegte semmelchen und jetzt geht es ab in den anstieg wird wohl sogar off road bergauf gehen also ich bin echt gespannt jetzt ist mir leider gerade die go pro raus gefahren und ich bin drüber gefahren geht zum glück noch aber der selfie stick ist jetzt hin ich habe zum glück noch einen anderen dabei aber ist natürlich trotzdem doof ja wir fahren jetzt hier auf die berge zu und ich muss sagen bis jetzt schon sehr cool schau sich das mal an der ausblick wirklich super schön so wie der nationalpark angesorgt hier wir mit dem fahrrad so wir sind jetzt hier kurz vorm berg in so einem tal wir fahren hier so am fluss entlang haben jetzt kurz die fahrräder abgestellt muss sagen so gravel mäßig wirklich somit das schönste was wir bisher zu erlebt haben würde ich sagen oder eva ja wir genießen es jetzt hier ein bisschen ich glaube es ist wirklich kalt oder ist es kalt geht eigentlich okay okay ja jetzt verstehe ich es ich meine das wasser kommt irgendwie aus den bergen aus den 2000 metern boah das ist richtig kalt alter boah oh oh okay okay so wir sind mitten im anstieg wir wissen leider immer noch nicht wie der pass hier heißt i'm so sorry die kurven sind immer mit kopfsteinpflaster das ist für uns eigentlich ganz ganz gut mit den reifen 1160 meter über normal null ja es geht gut voran komplettes alpine feeling hier fast noch mehr spaß als am großglockner einfach weil keine autos oder recht wenig nur sind klar wohnmobile hier leider auch erlaubt komisch eigentlich aber nee es ist echt echt cool zum fahren bis jetzt so die letzten 200 tönmeter fahren wir jetzt hier nochmal auf der offroad piste hätte ich mich normalerweise sonst nicht getraut aber wir haben ja die vorgefertigte route und einigermaßen wird es schon gehen hoffe ich mal ein bisschen schieben müssen wir wahrscheinlich schon wenn es noch richtig steil wird aber es ist auch irgendwie ziemlich cool und unten hat auf der straße auch viel spaß gemacht aber immer wieder abwechslung zwischen straßen und offroad ist eigentlich ganz gut hier entspannung und dann auf der straße wieder die autos dafür geht es auch ein bisschen flatter voran so nämlich schon was bergwanderung und fahrrad tour heike bike buch so ich habe jetzt alles angezogen was ich gefunden habe und jetzt geht es abwärts ich glaube wir werden über 1000 höhenmeter herunter fahren hier oben ist auch echt ziemlich kalt so wir haben den berg geschafft es ist ziemlich kalt aber angeblich kriegen wir am campingplatz das gleich noch extra schlafsäcke wir sind ja auf einem richtig schönen campingplatz spontan direkt abgebogen wir sind direkt hier am soja fluss und morgen werde ich euch das alles hier in ruhe zeigen wir packen jetzt mal aus zelt aufbauen und ein bisschen nudeln kochen so das zelt ist aufgebaut die wäsche ist aufgehängt und ich bin gerade am kochen eva wie ist die stimmung es gibt gleich essen ihr seid jetzt mal hautnah dabei wie wir da eigentlich so kochen am abend ihr seht schon wir benutzen spiritus wir haben da so einen kleinen kocher aus titan geht ganz einfach man muss es nur einfüllen anzünden und dann brennt es von selber bis sie eben leer ist und ihr seht schon das ist wirklich alles sehr klein und filigran einfach damit man es optimal verpacken kann und gerade auch das thema gewicht spielt natürlich auch eine riesen rolle bei uns deswegen alles aus titan leichtbau dabei geht natürlich auch einiges an funktionen verloren da muss man sich bewusst sein wir können aber wunderbar für uns beide jetzt zum beispiel wasser kochen und nudeln machen größere gerichte oder gemüse anbraten und so weiter haben wir noch gar nicht richtig versucht da würde ich mir aber einen topf wünschen der vielleicht eine nummer größer ist zumindest für zwei personen übrigens auch der tipp mit dem brühwürfel wenn man nicht so viel wasser hat wenn man irgendwo kämmt wo keine wasserquelle ist kann man dann so ganz gut noch aus dem nudelwasser eine suppe danach machen bzw kann das einfach lecker trinken und ja das ist einfach nur jetzt so meine tipps unsere routine wie wir da kochen jetzt in aller kürze schreibt es gerne mal in die kommentare wie ihr das macht ich glaube koch setup ist so eine glaubensfrage da ist man auch nie richtig fertig mit dem optimieren da gibt es immer noch irgendwie cooles equipment was man irgendwie benutzen kann und es kommt eben immer sehr darauf an wie ist der einsatzzweck wie schwer darf das gewicht sein und so weiter und je nachdem kann man dann eben groß klein oder vielleicht auch überhaupt kein kochequipment dabei haben ja eva und ich haben jetzt hier nochmal angestoßen auf den wirklich sehr gelungenen bikepacking tag einer der besten der ganzen reise bis jetzt und wir hatten da echt glück an dem tag dass wir auch diesen tollen campingplatz erwischt haben wir sind da wie gesagt einfach nur spontan dran vorbeigefahren und dann da zum glück stehen geblieben so nächster tag wir sind immer noch hier am campingplatz die eva ist natürlich auch immer noch da und wir haben uns entschieden jetzt heute ein bisschen ruhiger angehen zu lassen wir bleiben heute hier weil der campingplatz ist einfach so mega schön also ich bin so begeistert nicht ganz so teuer wie der am see 30 euro 34 euro pro nacht aber man bekommt wirklich einiges schaut mal hier schöner zeltplatz und da ist dann gleich da hinten der fluss wir haben uns hier top eingerichtet wir haben noch decken bekommen damit wir nicht so frieren müssen in der nacht und ja wir bleiben jetzt hier bis morgen und morgen wird es dann wieder ein bisschen sportlicher aber echt super schön hier so wir sind jetzt kurz sieben kilometer zum supermarkt bisschen brotzeit und essen holen und jetzt geht es zurück zum campingplatz hier oben schön glamping mit einer offenen küche die wir jetzt benutzen werden da brauchen wir unseren spiritus kocher gar nicht und da oben ab 6 hop hier oben hier oben hier oben hier oben Ja, hin und wieder, wenn es uns irgendwo richtig gut gefällt und wir genug Zeit haben, dann legen wir natürlich auch gerne mal einen spannenden Pausetag ein mit Badespaß, ein bisschen lesen, ein bisschen in der Sonne chillen, das gefällt uns schon auch wirklich sehr gut, auch wenn es natürlich auf so einer Bikepacking-Reise teilweise etwas zu kurz kommt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr einen Lieblingscampingplatz habt und ob ihr den mit uns teilen wollt, das wäre auf jeden Fall ziemlich spannend. So ein bisschen Inspiration finde ich immer sehr schön und könnte vielleicht dann auch der Impuls sein, für den ein oder anderen eine neue Bikepacking-Reise zu planen. So, wir haben wieder zusammengepackt, heute wird ein bisschen sportlicher, 100 Kilometer, 1700 Höhenmeter hoffentlich, heute Abend dann in Gorizia, Grenzstadt zu Italien, Eva, Italien. Italien. Endlich Italien, ein kleiner Espresso hoffentlich, oder morgen früh dann, keine Ahnung. Und ja, ganz viele Wespen sind hier die ganze Zeit. Wir fahren jetzt mal ein bisschen Offroad, ein bisschen Berge, wir freuen uns. Feinste Holzschnitzereien und wir fahren hier auf feinstem Gravel. Und irgendwie hat es ein bisschen zugezogen, es hätte eigentlich super heiß werden sollen, vielleicht später noch. So ist es aber eigentlich ganz angenehm zum Fahren. Und ja, wir haben keine Regensachen dabei, also so ein bisschen muss man natürlich auch aufpassen, dass wir nicht nass werden. Stimmt, wir checken das Wetter. Eva, wie ist die Stimmung? Gut. Eva musste gerade wieder umdrehen, die hat ihr Handy verloren. Ich habe aber dann das Handy angerufen, da haben gleich zwei Wanderer abgehoben, die haben sie jetzt gerade getroffen und sie hat ihr Handy schon wieder, also ziemlich cool, danke sehr. Und ja, wir haben jetzt gerade wegen dem Regen eh schon eine Pause machen müssen, aber jetzt hat er wieder aufgehört, wir fahren jetzt weiter. Ich hoffe, die Eva kommt es gleich. Let's go! Jetzt sind wir mal wieder ganz coole Passagen dabei, gell? Okay, wir haben jetzt kurz Halt gemacht in Bovec. Wir wollten eigentlich zum Supermarkt, bis uns dann aufgefallen ist, ja heute ist Sonntag. Super Anfängerfehler, naja, es hilft nichts. Wir haben jetzt noch eine Tankstelle am Weg, ich habe noch Hörnchen. Und das sollte schon passen. Wie kommt denn der Wanderweg? Die Leute wandern, wir fahren. Und die Leute gehen einfach mal hin. wir kämpfen uns wieder runter es ist schon ziemlich felsig und gar nicht so einfach also wirklich richtig technisch genießen kann man es nicht aber wir kommen einigermaßen zurecht also sagen man nicht schieben muss passt eh alles ist halt echt eine konzentrationsaufgabe hier sind sonst so mountainbiker die sich auch ziemlich abrackern so die ereignisse überschlagen sich mir ist gerade das fahrrad umgefallen schaltauge verbogen ich habe zum glück noch eins dabei aber ersatzschaltauge war dann wohl mal wieder eine gute investition beziehungsweise nehme ich glaube ich jetzt mittlerweile einfach immer mit echt ärgerlich und vor allem ist wirklich dumm ich habe es an die heggebrücke da hinten gelehnt und dann ja jetzt ein bisschen neigung gehabt losgefahren das fahrrad und dann ist es auch schon umgefallen das sieht doch nett aus hier so schaltauge ist gewechselt ist leider schon 14.30 Uhr so richtig losgehen tut es dann erst wenn wir einen anstieg kommen das werden so 800 höhenmeter sein und dann noch mal so 50 km sonst im berg kam entlang also könnte sehr schön werden wir machen jetzt mal ein bisschen strecke auf der bundesstraße und dann biegen wir ab zum berg so wir haben uns jetzt hier kurz gestärkt und jetzt geht es rein größer anstieg der ganzen reise 900 höhenmeter wird ein bisschen das gesicht gewaschen so rechts fahren wir jetzt rauf bin mal gespannt wir verlassen jetzt das soja tal man könnte jetzt hier auch einfach gerade aus das tal weiter fahren auch wahrscheinlich gut aber ein bisschen höhenmeter wollen wir natürlich auch haben ich muss sagen so ein bisschen haben wir den berg auch eingebaut für mich zur raa vorbereitung das müsste ja schon längst gelaufen sein das racer und austria ja das war ja das war ja im august jetzt ein bisschen giro vibes und es ist schon ein ziemlich cooles gefühl wenn man weiß man fährt das genau die gleiche route wie 100 andere profisportler wir kämpfen uns hier ab 650 meter über normal 0 920 heute übrigens schon insgesamt und jetzt noch so keine ahnung kann sich ausrechnen knapp 500 müssen wir noch fahren also ist schon knackig immer noch auf den spuren des giro d'italia hätte ich gar nicht gedacht jetzt hier in slowenien war wohl tatsächlich dieses jahr muss ich mich mal outen ich habe es so gut wie gar nicht verfolgt ich habe es probiert aber irgendwie keine ahnung die zusammenfassungen waren immer so langweilig jetzt geht es da links noch rauf wir drücken das durch es ist ganz angenehm dass die sonne nicht scheint ich hoffe dass es nicht zum regnen anfängt so wir haben uns jetzt hier im baum verkrochen das ist ein bisschen regnerisch gerade ja noch so 400 höhenmeter haben wir also es geht noch ein bisschen steil bergauf wir hoffen es hört es dann gleich wieder auf zu regnen und dann wird weiter pedaliert das ist einer der coolsten berge die man je befahren haben nach dem großglockner ne vor dem großglockner noch ja weil das ist das wir haben unsere ruhe ich habe gerade auf google maps geschaut das da hinten was ihr gerade gesehen habt das ist die adria das ist das meer aber ja ziemlich cool das haben wir es geschafft echt? ja fast 100 höhenmeter noch wir sind oben angekommen hinter uns italien ganz hinten glaube ich sogar triest ziemlich cool wir fahren jetzt weiter nach gorizia noch 50 kilometer ist eine grenzstadt ist sowohl in slowenien als auch in italien da geht es dann zum warm shower host eva auf den spuren des giro wir genießen es hier gerade diese passstraßen wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns ist es jetzt schon 18 uhr 40 kilometer haben wir noch knapp aber hier ich glaube das ist immer noch die giro etappe bin mir nicht sicher aber es fällt sich wirklich so toll coole kurven schnittige steilwände und coole zwerge und coole zwerge und ihr merkt schon in der moderation leichte unterzuckerung zumindest bei mir ja aber das wird jetzt schon die eva hat sich übrigens von mir hier die nicknacks abgezweigt sehr kreativ muss man dir lassen titanbecher ganz neu definiert so die letzten 25 kilometer wir sind beide schon ein bisschen im eimer aber das werden wir jetzt glaube ich ganz gut abspulen können so ganz kurzer bikecheck wir haben jeweils zwei wasserflaschen die eva hat unten noch eine dritte flasche da ist spiritus drin dann habe ich hier von sefal die lenkerrolle drin da ist unser ganzes kochzeug drin dann zwei food pouches mit food dann die neue oberrohrtasche die taugt mir sehr gut dann die rahmentasche ist auch praktisch für meine ganze technik arschrakete meine klamotten mein schlafsack zeltstangen dann hat die eva hier vorne das zelt und die iso matten auch zwei food pouches mit sonnencreme handy bisschen essen dann die tolle oberrohrtasche und hinten die fette arschrakete von apidura und den zieht und den richtig viel spaß gemacht, hier ist es auf einmal viel wärmer, mindestens fünf, sechs, sieben rad liegt wohl auch an dem mühlenunterschied, ich dachte eigentlich wir sind in italien, aber es ist wohl doch alles louenien, aber hat einen sehr italienischen vibe, sehr schön und wir fahren jetzt nach hause, wir sind beide schon ganz schön kaputt, bisschen zu wenig gesnackt unterwegs, aber passt alles. Italien! Ok, gerade habe ich noch gesagt, wir sind nur in slowenien, jetzt sind wir gerade nach italien gefahren und ja, da ist jetzt der grenzübergang. Wir sind jetzt in Novagorizia, beziehungsweise stimmt gar nicht, in Görz. Wir sind also da, jetzt noch ein paar kilometer, wir wollen jetzt noch was essen, damit wir dann nicht so ganz ausgehungert und erschöpft beim Wormschauer Hosts aufkreuzen. Görz hier wie auch und wir werden uns jetzt seine Pizza rauslassen und was zu trinken und dann setzen wir uns hier hin, sehr schön übrigens die Stadt finde ich jetzt und da hinten war noch ein kleines Highlight auf uns, das zeige ich euch dann nach der Pizza. Wollen wir uns eine teilen oder jeder eigene? Guten Morgen, wir haben heute beim super netten Wormschauer Host geschlafen. Wir sind noch ein bisschen müde von gestern und heute geht es noch ein bisschen weiter über die Berge und dann werden wir wild campen. Es ist schon halb zwölf, deswegen müssen wir es ein bisschen sputen. Also 50 Kilometer, aber 1000 Höhenmeter. Sollte auf jeden Fall ganz schön sein, viel Gravel und Offroad. Es bleibt also spannend. Das war jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Route so richtiger Quatsch gewesen ist. Wir sind jetzt bei einem im Garten gestanden. Aber die Route ist da wirklich ganz genau bei dem über das Grundstück gegangen und dann hinten in seine Weinberge rein. Dann haben wir auch kurz probiert. Er hat uns dann in die falsche Richtung geschickt. Wir sind jetzt aber wieder auf einem besseren Weg hier. Das ist generell recht schön und ja mal schauen. Wir hoffen, dass es jetzt mit der Route besser läuft. Was für ein Ausblick. Heute schön viele Höhenmeter, aber man kriegt ja auch immer dann keine Belohnung dafür. Geht gerade mega gut hier. Richtiges Urwaldfeeling. Unheimlich toll zu Graveln. Anstrengend. Heiß, aber nicht zu heiß. Amphibienbike. Du bist ja generell ein kleiner Amphibie. So, wir sind jetzt hier noch ein bisschen als Singletrailiger unterwegs an Blaubeersträuchen. Ich glaube es sind Blaubeeren. Und das ist nicht das letzte Video, was ihr von mir seht. Also sie fühlen sich ganz hart an. Ne, ich glaube die sind noch nicht ganz reif. Und ja, wir schauen jetzt mal, dass wir weiterkommen. Und jetzt geht es nach Agorizia, oder? Oder Adio. Das war dann Agorizia. Agorizia? Ja, waren wir da nicht auch schon? Agorizia, genau. Da geht es jetzt hin. Übrigens volles Weinanbaugebiet und jetzt hier schon wieder neue Früchte und zwar diesmal Pflaumen. Oder Zwetschgen. Ich sage eigentlich Zwetschgen. Ja. Eva sagt feig. Und da rechts hängt schon wieder irgendwas. So cool. Kurzer Boxenstopp beim Hof. Die Eva hat schon eingekauft. Nach kurzer Pause gestärkt geht es jetzt da hinten den Berg hoch. Wir werden heute das erste Mal wild campen. Wir haben schon relativ Angst, dass es sehr kalt wird. Aber hilft dir nicht. Und jetzt geht es weiter. Vor allem wenn wir auf 700 Metern wahrscheinlich wild campen, ist einfach wegen der Route jetzt so doof. Wir fahren jetzt da den Berg rauf und dann geht es länger so oben entlang. Travel. Travel. Zwei Salami-Gese-Sammeln. Halbes Schokokosso, halbes Smoothie. Ein Cola, ein Red Bull. Jetzt habe ich ein bisschen Bauchweh. Jetzt haben wir da nur 700 Höhenmeter vor uns. Bisschen zack. Heiß ist es. Aber das machen wir jetzt auch noch und ich bin gespannt. Wir haben bestimmt wieder eine tolle Aussicht gleich. Ja, die Höhenmeter zeigen ihre Wirkung. Es ging jetzt sehr gut voran. Bisschen warm ist es. Nach dem Essen hatte ich echt kurz so einen Durchhänger. Aber jetzt passt es wieder einigermaßen. Wir fahren jetzt da irgendwie rein. Ein bisschen weiter hoch geht es noch. Also 500 Meter müssen wir noch hoch. Einiges. Bin gespannt. Bisschen jetzt weg von der Main Road. Also wird es wahrscheinlich wieder sehr schön. Wie ist die Stimmung? Stein. Ich bin gespannt, wo wir heute Abend übernachten werden. Es ist alles sehr hügelig. Irgendwas werden wir schon finden. Großartige Neuigkeiten. Ich habe gedacht, fragen wir hier nach Wasser. Und jetzt sind wir noch einen Step weiter gegangen. Weil das hier so ein schöner Bauernhof war. Da haben wir gefragt, ob wir da schlafen können. Und die war recht nett. Und ich habe gemeint, ja klar. Das ist die Wiese. Wow, voll schön. Sehr schön. Und da ist der Bauernhof. Wir haben das Setup jetzt schon alles aufgebaut. Und ja, wir haben jetzt 45 Kilometer auf der Uhr. Und 1100 Höhenmeter. Also nicht schlecht. Let's call it a day. Und wir sind ziemlich erschöpft. Sebi Pento schon halber. Aber jetzt gibt es nur Nudeln. Und morgen geht es dann weiter. Kleiner Nachtrag zum Kissen. Ich habe jetzt die perfekte Lösung konzipiert. Und zwar. Zebi zeige einmal. Der tolles Kissen. Es ist die Cefa Lenkerrolle. Mit Luft drin. So genial. Und welche Idee war es? Ja. Jetzt brauchen wir nur noch eine zweite. Also schauen wir mal, wie es heute funktioniert. Ich kann morgen dann berichten. Und jetzt gehen wir mal. Morgen. Wir haben gut geschlafen und es gibt jetzt gleich Kaffee und noch so Schoko-Croissants, die wir gestern noch gekauft haben. Wir haben eigentlich sehr gut geschlafen. Es war nicht kalt, eher tendenziell warm. Wir mussten sogar ein paar Socken ausziehen. Ich falle zwei Paar Socken an. Ja sicher. Safety first. Ja und die Cefal, also mein Kopfkissen, war eigentlich auch okay. Ich hab's benutzt. Jetzt mal frühstücken und dann geht's weiter. So, wir sind wieder back on the road. Gravel road sogar. Richtig cool hier die Gegend. Die Nebenstraße von gestern hat jetzt heute Morgen direkt in Schotter geendet. Also ziemlich entspannt hier zu fahren. Verkehrsarm. Eigentlich überhaupt kein Verkehr außer uns beiden halt. Eurem Lieblingsverkehr. Die waren jetzt nochmal total nett zu uns. Wir haben die Flaschen aufhüllen können, das Geschirr ausgewaschen und wir haben sogar ein paar Birnen vom Bauernhof bekommen. Wie ist die Stimmung? Gut. Ich freue mich auf den Tag. Wir haben noch einige Höhenmitte vor uns. Oder so. Wir haben jetzt noch 1000 Höhenmeter bis Jubiliana. Wir werden heute noch mal Wildkämpen und dann morgen früh eintrudeln und dann geht eben morgen Nachmittag der Zug zurück nach Wien. Das ist Ultra Gravel. Wir sind jetzt vom Kiesweg abgebogen. Singletrail fährt sich aber bis jetzt sehr gut. Und jetzt sind wir gleich in Predjama. Das soll aber ein sehr schönes Schloss sein. Bin jetzt gespannt. Wir haben übrigens gerade auch zwei andere Bikepacker jetzt gesehen. Mal schauen. Vielleicht treffen wir die später nochmal. Wir sind jetzt beide tubeless unterwegs und wir verlieren auch beide immer mal wieder so ein bisschen Luft. Gerade über Nacht wird es immer ein bisschen weniger. Aber ich würde es trotzdem jetzt nicht zurücktauschen wollen auf Schlauch. Also ich bin zufrieden. Keinen Platten. Kein riesiger Druckverlust. So jetzt sind wir hier. Da ist es. Ziemlich cool. Ja, wir sind von da hinten praktisch gekommen. Muss aber zugeben, so die ganzen Touristen hier und so weiter. Ich weiß nicht. Das ist immer witzig, wenn man dann die Handschuhe nicht anhat und dann hat man relativ bald Nervenbeschwerden an den Handballen. Please, fahren Sie es recht. Aber... Take a photograph together, ok? Of course. Fine. Thanks very much. Ok. Das ist so schön. Shall we take the bicycle away? Ja, kannst du das weg? Nein, bitte nicht dranlehnen. Genau. Ja, das ist das, was ich meinte. Also ich habe dann immer Bock auch gleich wieder umzudrehen. Aber es ist schon mega schön. Also das Schloss ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Komm, komm. Eva, wie ist die Stimmung? So witzig. Ja gut. Wenn das so lustig, irgendein Fürst hat sie da gedacht, bei diesem Fels, da baue ich meine Burg hin. Ist doch perfekt der Fels. Ist sogar ein bisschen überdacht. Ja, das ist mega. Und da unten ist sicher der Kerker. Ja, da war so... Da ist so... 2000, also seit dem Jahr 2000, kann man da wieder reingehen. Die Route ist wirklich sehr gut bis jetzt immer gewesen. Aber ab und zu, gestern einmal und jetzt hier zum Beispiel, also einfach so, kann man nicht fahren. Kann man auch wunderbar umdrehen. Ist überhaupt kein Thema. Und ja, die Route ist ja glaube ich auch schon einige Jahre alt, bevor die zum ersten Mal gescoutet bzw. abgeloadet wurde. Deswegen, ja. Kann sich natürlich auch ein bisschen was tun, gerade auf der Forst. Eiffa hat groß für uns eingekauft hier beim Mercator. und wir haben gefragt, ob wir die Sachen mit ins Café nehmen dürfen. Wir haben jetzt einen Kaffee gestellt und groß hier aufgefahren. So, wir sind jetzt am Lake Czernica. Ihr wundert euch jetzt, da ist ja gar kein Wasser. Und zwar ist es der größte intermedierte See Europas. Da ist nur Wasser einmal im Jahr anscheinend drinnen für acht Monate und dann verschwindet es wieder. Ich glaube, dass man den Czernica ausspricht. Es gibt hier so eine Grafik, wie groß er eigentlich wäre. Da wäre jetzt theoretisch hier vor uns direkt das Wasser. Wir fahren jetzt immer ein bisschen drum herum, vielleicht sehen wir noch Wasser, aber das hört alles eher so ein bisschen weidemäßig aus. Angeblich ist er aber im Winter immer da, der See. Und so schaut es dann aus. Schwer zu glauben. Wir sind mitten im See. Aber ja, es ist noch ein bisschen was. Ja, aber im Winter wird hier auch nicht wahnsinnig viel sein, weil das ist jetzt hier immer eine Straße. Hier eine tolle See. Was für ein See. Übrigens der größte See ist Sloweniens angeblich, wenn er voll ist. Schwer zu glauben. Aber das wird dann wohl alles im Winter voll mit Wasser sein, auch wenn ich nicht wirklich weiß, warum. Wir fahren jetzt nochmal 30 Kilometer, 300 Höhenmeter, dann sind wir fast da in Ljubljana. Und jetzt sind wir hier gerade auf einer Roadclosed, also auf einer geschlossenen Straße. Bis jetzt hatten wir da mal Glück. Mal schauen, hoffe wir dürfen das durchfahren. Schauen überhaupt nicht gut aus. Die Schilder schauen ziemlich offiziell aus. Ja, aber Fußgänger verboten. Also, ja. Ja, zur Not schieben wir halt. Aber Fußgänger verboten ist immer ein schlechtes Zeichen. Weil dann kann man eigentlich nicht mal schieben. Wir schauen jetzt mal. Wir mussten wieder umdrehen. Ich glaube, wir hätten vielleicht nicht fragen sollen. Übrigens Gravel-Umleitung ist jetzt nicht Teil der Route. Ähm, ja. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt dann wieder zurück irgendwie auf dem Track zum nächsten Ort. Huuu. Gravel-Dust. Wie verlassen ganz schöne Staubfolge hinter dir. Eat my dust, motherfucker. Hat sich der Lkw-Fahrer wahrscheinlich jetzt auch gedacht. We made it. Einmal außenrum. Äh, IFA. Die Straßenverkehrsordnung gilt auch für Radfahrer. Jetzt bist du noch vom Rennrad gewohnt, das Aufstehen, oder? Ja. Bei Hindernissen. Ich fahre da freihändig drüber, da stehst du auf. Stimmt. Und dann haut es mich ziemlich hart aufs Maul, wenn ich becherne. Freihändig fahren immer so eine Sache. Ja, du machst immer fünf Sachen. Trinken, LaBello, GoPro. Auto überholen. Und über rote Ampel fahren. Diese Radfahrer. So, jetzt haben wir noch schön die Höhenmeter vor uns. Bin gespannt. Wir haben ja wieder Straßenprobleme. Da kommen ja die Figuren am Start. So, wir fahren Richtung Rakitna. Da gibt es so einen Tante-Emma-Laden, hoffentlich. Da gibt es noch mal Nudeln für uns zum Auffüllen, für heute Abend zum Kochen. Und hier oben so gut wie gar nichts los. Es fährt sich sehr gut. Ja, wir fahren jetzt auf knapp 1000 Meter über Null und dann geht es wieder zum Schlafen runter auf 300 Meter. Habe ich jetzt so spontan geplant, einfach damit es nicht ganz so kalt wird nachts. Das ist schon so. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nur ein Tante-Emma-Laden zu bringen. Und dann ist das einfach nur ein Tante-Emma-Laden. Und dann ist das einfach nur ein Tante-Emma-Laden. wir wollten doch noch baden gehen wir haben ja keine dusche wir sind ja wild camper bikepacking wild wildness bikepacker und wir hüpfen da jetzt rein bisschen eklig ist ja schon Shampoo kann man hier wahrscheinlich keins rausholen weil das ist natürlich ein bisschen ja wir haben kein biologisch abbaubares oder ich hoffe wir kriegen jetzt was zu essen ich bin auch schon ein bisschen nervös ganz schön dunkle wolken so kurzes status update wir waren jetzt gerade bei der barbara super auswahl sehr nett und mussten jetzt hier not stranden in der kirche es regnet und es soll sobald auch nicht aufhören wir sind leider recht hoch da planen wir eigentlich heute noch runter zu fahren damit wir nicht frieren müssen nach dass wir mal schauen ob wir irgendwie improvisieren können ich meine ich würde mich jetzt hier auch sehen aber es kommt natürlich immer darauf an wer haben wir jetzt erwischt ja wir sind wieder mal zu spät dran wir haben uns sehr viel vorgenommen wir müssen jetzt noch super krass downhill fahren und dann müssen unser zelt noch aufbauen dann ist hoffentlich auch die sonne da so wir werden jetzt hier 500 höhenmeter absteigen also ganz schön brutal wir sind beide schon ziemlich müde aber es ist hier eine relativ breite schotterstrecke ich hoffe das bleibt so genau die eva wird ja die eva weist mich schon ein muss jetzt wirklich das zeltlazarett schön nudeln essen wir haben uns jetzt noch ein bisschen was angezogen wird bestimmt kalt jetzt darunter und ja dann melde ich mich dann wenn wir beim zelt angekommen sind so wir sind jetzt hier unten auf 300 höhenmeter wieder deutlich wärmer wir haben einen kleinen fluss entdeckt hier kann man natürlich nicht schlafen viel zu steinig aber hier gibt es ganz viele felder und sowas nicht so viel los also hier kann man glaube ich ganz gut schlafen und dann vielleicht auch unser geschirren so auswaschen so wir haben einen campingplatz gefunden und ist jetzt schon fast halb neun wir sind echt ziemlich im eimer so muss man sagen wir machen uns jetzt lecker nudeln und melden uns dann morgen wenn es wieder richtung lubiana geht so wir haben zusammengepackt wie immer ein großer act aber wir haben es jetzt ganz gemütlich angehen lassen um 16 uhr kommt der erste zug wir haben es noch zehn kilometer bis lubiana aber wir werden kaffee trinken noch ein bisschen was snacken und wie war die nacht eva ja eigentlich fast die beste nacht bis jetzt war sehr angenehm ein bisschen regent hat es ja fand ich auch super ich habe sehr gut geschlafen es war auch super warm vielleicht hat man sich auch jetzt ein bisschen an den rhythmus gewöhnt ich weiß auch nicht genau woran es liegt aber hier ist halt auch super entspannt niemand sonst da und ich finde fast noch sogar angenehmer als am campingplatz wir sind jetzt am weg nach lubiana wir haben schon eine feine würstelbude rausgesucht wo wir uns noch kurz hinsetzen werden und hier sieht man schon wieder ganz schön die berge wie am anfang der reise so schließt sich der kreis so schließt sich der kreis so schließt sich der kreis Achtung straße so schließt sich der kreis ziemlich funny hier ganz nett gemacht alles wir fahren jetzt zu so einer würstelbude die eva rausgesucht hat ich bin mal ganz gespannt jetzt und ja hat schon was diese lubiana jetzt sind wir eh gleich direkt im zentrum sehe ich gerade anders hat am ende nur die wurstern zwei eva ist aus irgendeinem grund schon komplett in wurststimmung das pastry kommt dann in 10 minuten das ist also lustig von draußen weil wenn die eva reingegangen da war noch relativ wenig los und danach sind einfach noch 10 leute in den kleinen laden reingelaufen ziemlich witzig so und das ist hier meine wurst und meine wurst deine wurst Mist so wir sind jetzt im zug und ich zeige euch noch kurz wie ich das mit den Fahrrädern jetzt gemacht habe ich sehe gerade bei ein bisschen besseren bikes auch immer so eine sache ich hasse das persönlich am liebsten würde ich überall nur im rad hin fahren wir haben jetzt hier beide aneinander gehängt hat den vorteil dass sich da keiner mehr fremdes hinhängen kann und damit es nicht so aneinander klappert und man sich die räder gegenseitig kaputt macht habe ich jetzt hier mit schuhen gearbeitet da unten haben wir noch ein handtuch und das ist das alles einigermaßen fest wo es die gefahr ist eben dass irgendwas klappert beziehungsweise dass wer fremdes irgendwie dumm sein Rad dazu stellt aber hier der Subteil ziemlich cool auf jeden Fall und jetzt kann man glaube ich auch entspannter nach Wien fahren wir hoffen das hat euch gefallen sehr empfehlenswert die ganzen Daten, Fakten und so weiter weiß ich jetzt nicht auswendig aber die Route ist wirklich empfehlenswert wirklich empfehlenswert 40mm Reifen dann geht das wunderbar oder halt ein Mountainbike wäre theoretisch auch möglich aber Gravelbikes sind schon sehr gut gegangen muss man sagen auch von der Zeit her wir haben es eigentlich in 5 Tagen geschafft offiziell es war ein Pausetag dabei genau 2 super kurze Tage also 5-6 Tage aber wenn man es ein bisschen entspannter machen will dann sind 7-8 Tage eigentlich schon auch empfehlenswert ja und man sieht echt alles also wir sind von den Alpen gekommen bis ins Mediterrane rein in die Grenze zu Italien also lasst uns gerne die Meinung in den Kommentaren da abonnieren, falls es noch nicht geschehen schau es unten in die Beschreibung für die ganzen Links Instagram und so weiter bis zum nächsten Mal gute und sichere Fahrt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.